Ja, liebe Freunde von Oberfranken Offensiv, liebe Oberfranken, vor uns liegen zehn spannende Tage in Berlin. Am Freitag geht's los. Frau Vorsitzende Staatsministerin Melanie Hummel mit dem Oberfrankenstand in der Bayernhalle. In diesem Jahr mit einem Novum, denn wir sitzen alle an einem Tisch, gell? Das ist korrekt. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle beieinander zu holen und zu schauen, was können wir auch an einem Stand, wie können wir das umsetzen. Es wird einen neuen Stand, einen neuen Design geben. Alle sind wirklich an einem Tisch. Es geht eben nur gemeinsam. So schaut es aus. Das ist ja auch unser Hashtag, der Hashtag von Oberfranken Offensiv. Es geht nur gemeinsam, der mittlerweile von ganz vielen in Oberfranken, Gott sei Dank, aufgegriffen wird. Frau Hummel, es haben sich wirklich viele nicht nur ideell beteiligt, sondern diesmal auch, und das ist ein Novum, wirklich auch in den Geldbeutel gegriffen und Geld mit auf den Tisch gelegt. Alle neuen Landkreise, alle vier kreisfreien Städte, das gab es in dieser Form in Oberfranken auch noch nicht, oder? Das ist korrekt. Auf der Grünen Woche war ja Oberfranken mit verschiedenen Ständen immer wieder schon vertreten. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn wir in der Bayernhalle, die eh so ein Magnet ist, auf diesen ganzen Berliner Wochen, wenn ich so sagen darf, Trubel, der da immer stattfindet, dann ist es natürlich ganz toll, wenn wir nochmal sichtbarer werden als Oberfranken, wenn wir gemeinsam auftreten, wenn es eben aus einem Guss ist. Und das ist dieser Mehrwert. Jeder kann in seiner Individualität dabei sein, aber wir sind in einem gemeinsamen Stand vertreten, dass es klasse und dass alle mitmachen, dass es wirklich toll. Unser Kirchturm-Denken ist manchmal ganz gut, aber nicht, wenn wir gemeinsam in Berlin sein wollen. So schaut es aus. Und am Samstag, am kommenden Samstag, den 20. Januar, setzen wir noch richtig eins drauf, denn der Oberfrankentag, den gab es zwar in den letzten Jahren auch, aber eben nicht in der Bayernhalle. Das ist schon auch wieder ein Novum in der Bayernhalle, die am stärksten frequentierte Halle in ganz Berlin. An diesem Wochenende darf man, glaube ich, sagen, auf der Bühne, mitten quasi im altbayerischen Geschwader, dürfen die Oberfranken richtig loslegen mit den Schorgastalern, mit den Altbeiräutern, mit einem Bühnenprogramm. Ich glaube, Frau Hummel, Sie kennen ja die Grüne Woche schon, da rocken wir richtig den Saal. Absolut. Also das ist natürlich nochmal ein ganz toller Mehrwert, dass wir an einem Samstag, das muss man ja auch wirklich sagen, nicht irgendeinen Tag unter der Woche, sondern dass wir als Oberfranken die Bühne bespielen dürfen in der Bayernhalle an einem Samstag und das wird gigantisch werden. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Besucher sich dann überlegen werden, Uppsala, Oberfranken, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielleicht wollen wir da mal leben und arbeiten. Gerne können die Menschen zu uns kommen. Tja, Frau Staatsministerin Melanie Hummel, unsere Vorsitzende von Oberfranken Offensiv. Wie gesagt, liebe Zuschauer, am Freitag geht's los und dann zehn Tage lang mit dem Highlight gleich am ersten Samstag, dem Oberfrankentag. Es haben sich ganz viele aus Oberfranken angemeldet und, wie mir der Vorsitzende der Genussregion Landrat, Klaus-Peter Söllner aus Kulmbach gesagt hat, es kommen zu Pi mal Daumen 2000 Oberfranken ohnehin. Also Dreh- und Angelpunkt in der Bayernhalle direkt an der Bühne. Unser Stand von Oberfranken. Kommen Sie vorbei. Und Hashtag, ich glaube, es geht nur gemeinsam, Frau Staatsministerin, besser kann man es nicht beenden. Absolut. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Wir sehen uns in Berlin. Bis bald.